Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 5482 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Beim Einkaufen schauen wir genau auf die Preise. Beim Einkaufen schauen wir genau auf die Preise. Das ist die Lösung für unser Problem. Warum habe ich nicht früher daran gedacht? Das ist die Lösung für unser Problem. Warum habe ich nicht früher daran gedacht? Das ist die Lösung für unser Problem. Warum habe ich nicht früher daran gedacht? In unserer Straße parken die Autos dicht beieinander. Oft finde ich keinen Parkplatz. In unserer Straße parken die Autos dicht beieinander. Oft finde ich keinen Parkplatz. Ich frage mich, warum die Versandkosten für dieses Produkt so hoch sind. Ich frage mich, warum die Versandkosten für dieses Produkt so hoch sind. Ich frage mich, warum die Versandkosten für dieses Produkt so hoch sind. Die Kinder lösen verschiedene Rechenaufgaben. Die Kinder lösen verschiedene Rechenaufgaben. Die Kinder lösen verschiedene Rechenaufgaben. Warum ist der T blau? Woher kommt diese Farbe? Warum ist der Tee blau? Woher kommt diese Farbe? Die Lage ist brisant. Dennoch gilt es, einen kühlen Kopf zu bewahren. Die Lage ist brisant. Dennoch gilt es, einen kühlen Kopf zu bewahren. Die Lage ist brisant. Dennoch gilt es, einen kühlen Kopf zu bewahren. Ich wähle das Gemüse für unsere Mahlzeit aus. Es ist alles aus dem Bioladen. Ich wähle das Gemüse für unsere Mahlzeit aus. Es ist alles aus dem Bioladen. Ich wähle das Gemüse für unsere Mahlzeit aus. Es ist alles aus dem Bioladen. Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Lkw auf unseren Straßen um 20% gestiegen. Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Lkw auf unseren Straßen um 20% gestiegen. Die Lunge lässt Sauerstoff aus der Luft in den Körper gelangen. Die Lunge lässt Sauerstoff aus der Luft in den Körper gelangen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.